ich würde das wenigstens denn als aus jedem schlechten musste doch das positiv ziehen wenn du dann mal so eine rolex von jemandem abstreifen kannst dann wirst du das doch auch machen mitten in der wildnis ja also rechts neben uns sind zwei dudes die scheinbar das gleiche ziel haben ja aber nur zwei okay einer ist vor mir also ich lauf straight auf gelb zu ihr werdet gleich jose du läufst dem einen genau in die arme glaube ich dann boxe ich ihn tot nein ich falle ich bin aber vorher im haus und jetzt suche ich mir einfach eine krasse waffe und dann mache ich den total platt deine worte gottes gehörgang mit diesem rucksack zum beispiel oder dieser brattmann so ein voller rucksack ins gesicht tut bestimmt sie in den rucksack über den kopf und hoche dass er erstickt marius ich komme bei dir ins haus also ins nebenhaus also ich hab drei gesehen bei uns bei mir liegt noch ein revolver da ich hab die muni mitgenommen da sind wir das die auto vorne ist noch eine pistole dann eine pistole okay jetzt wirklich nichts drinnen rucksack noch aber sie schließt zu uns auf würde ich das raus noch fertig fluten wir schon nach oben nach oben das sind ja fantastisch wohnwagen solltet ihr euch sowas mal holen könnte den himalaya mit hochfahren aber wir wissen den himalaya hochfahren ich ja nein oben ist noch ein 1er rucksack leider noch so gefährlich sich dann einen trip zu buchen das wärs doch mal ehrlich 70.000 ist ein bisschen viel für das erlebnis und du hast nicht mal eine bestiegsgarantie ja das stimmt allerdings von der kracht ist das verloren ja pro klimaanwärmung dann kann man wenigstens nicht so schnell auffrieren marius nimmst du das gebäude dann links über den hof ich nehme gerade zu warum gibt es hier keinen loot ich flipp gleich völlig aus manu hat jetzt auf jeden fall auf uns aufmerksam gemacht hier ist noch eine schwotflinte ja würde ich nehmen ich habe ja noch nichts auf einem 16 mit 30 wahnsinnigen schuss bei mir noch eine tommy gun ich markier mal manu was ist mit ihr los ich habe das doch schon viel leiser gestellt also die spracherkennung viel unempfindlicher okay ich lute weiter richtung südosten kein bock auf die aneinander jetzt bist du ja übelst leise warte oder sag mal was manu klang dann extrem leise nimm ich habe keine ich habe gar keine markiert wir sollten nicht zu weit weg von denen manu lässt sich auch hängen wenn er direkt vor dir steht das ist kein problem manu ihr wart hier schon drin habt ihr es liegen lassen wo denn jusi unten und nach oben unten auch schon danke was haben wir denn liegen lassen hast du gut gemacht 2er hochsack 2er weste ja keine ahnung wie das passieren konnte das gewinnen oder das was sie jetzt kriegen lassen dann ist einfach nur auswählen auf die maus gekommen ja aber ich habe noch nie mit der aug gespielt die hat einen ist aber krass die hat richtig durch durchbums ja die macht extrem viel schaden die hat zwar nicht so eine hohe kadenz durchbums wolltest du erst durchfall sagen ja oh manu guck mich an der dreierweste aaaah und weg ist er sorry naja dann hier naja wirst dich schon wundern in der scheibe da ne aber da ist schon wieder ne aber ne da ist irgendjemand anders durch ne scheibe gesprungen das habe ich gehört ne nein nein ach 2er helmchen ähm das ist nicht so schlau durch alles durchzuspringen was du findest sei es laut hier links noch ne ak wuhu neues feature patsch patsch wird munition nehmen ich habe nur 30 schuss ich habe auch nur 30 ich habe aber auch keine alternativwaffe meinte ich nur insgesamt nur 30 ich habe gerade einen 2er rucksack gegen 2er rucksack getauscht das wäre sehr clever warum ist es nicht sinnvoll irgendwo durchzuspringen es macht doch so viel spaß als und wenn die gegner das hören lassen maris du bist ziemlich weit ja ich komme zu euch du bist auf der anderen straßenseite oder gottes willen ja bei euch ist ja kein loot mehr zu holen hängt schon so an wie manu manu hier liegen 30 schuss ja ja markiert winchester bei mir noch nicht ne treppe fuck hier gibt es keine treppe wir hätten notfalls einen buggy hier und die zone kommt doch so langsam ne ne ich habe doch schon ein fahrzeug herangeholt bloß steht es jetzt auf der anderen seite der stadt dann kannst du ja mit dem buggy das fahrzeug holen ja aber ich muss noch einen moment looten weil ich irgendwie 2-3 minuten als weniger als ihr gelootet habt ich habe noch gar nichts braucht jemand einen schwarzen ne nicht mehr und wenn manu sagt der hat noch gar nichts dann hat er wahrscheinlich mehr als wir ich habe ja ein paar minuten länger gelootet äh weniger gelootet ihr habt doch schon lange hier ich vergnügt vergnügt vor allem soll ich mit dem buggy kommen ähm du kannst mit dem buggy kommen ich abholen dann kann ich ihn ne wobei nicht ich lauf einfach hin und will den tragen brauche ich immer noch einen 2er rucksack nope ok äh scheiße ich habe vorhin den 2er helm nicht aufgenommen noch einen 1er auf ich laufe in die falsche richtung ich bin ja total betont dann eingesammelt ich dachte nur huch hier hat jemand einen 2er helm liegen lassen ne ne das habe ich erst gemacht auf dem wir schon kontakt hatten ja ich hätte ja noch ein auto an der kreuzung was sind wir eins den jeep ja dann nehmen wir den ja und da unten steht glaube ich noch ein jeep aber ich also ich habe folgende sachen abzugeben äh kompensator smg nehm ich liegt bei mir komm einfach zu mir hier ne helder ok ich habe mir noch was übrig behalten falls ich meine waffe finde die ich brauche da kommt ein auto drauf schießen drauf schießen schießt auf den kopf ich bräuchte noch AR Sachen ich habe keine weder magazine gefunden ich habe gar nichts für AR ich habe auch nichts mehr ok ich habe auch gar nichts für AR gefunden alle drin? ne manu fährt manu macht den manu so bitte wählen sie die route ich fahre ja links über über stock und stein ja aber die führt an der kirche vorbei ey wenn ich es mit einem 3er Motorrad geschafft habe nichts zu toll dann schaff ich es auch mit einem jeep ja wie was soll ich sagen es ist ein bisschen sehr gut gelaufen das glück ist auf unserer seite myladys links die straße immer wenn du sowas sagst ich fahre nicht auf der straße ich fahre nicht auf der straße viel zu auffällig da rechts sind wir schon mal reingefahren da kommt mal ein ganz beschissen oh okay letztes Mal war ich mal ne Bus aber ok da fahre ich auf der straße wenn wir geradeaus fahren sind wir viel zu leicht das hier vor allen dingen jetzt wo wir hier rein fahren ich fahre rechts die straße raus jo das dachte ich mir nämlich ja ja schön die Bombenzonen rein von wo schießen das? von links und wo ungefähr Norden aus oder 702 bei 1.2m da war nicht wirklich ruhig vor sein Leben wir schaffen das da lang um das Flugzeug glaube ich auch naja es könnte jemand da sein da könnte man jetzt einfach auf sein Auto schießen wo fahren wir lang? wo fahren wir hin? ähm ich fahre erstmal noch weiter und ich sagte dann wenn wir nur noch gelb abliegen fahren wir gleich auf der straße ja jetzt hier leicht links runter im Sand und dann noch gelb zu fahren das ist doch still ne? ja verdächtig ne ne ich finde es so blau ja das geht ich bin wieder so auf der Ladenschläche eh oh boah aber ich muss mal sagen wir haben hier voll wenig fighten und das sind schon wieder nur 40 ja hier würde ich halten warte ich fahre ein bisschen zwischenreise hier hätte ich im solo mal ne ja geile fight okay hier liegt ein 4er nach echt? willst du es haben? äh wenn ja ja ich glaube willst du einen 2er haben? ja und einen red dot obwohl wir ja könnte ich hier red dot mit dem 8er mit dem 8er mit dem 8er steht ich hab sie noch nicht ja das drop ist 55 und da kamen auch Schüsse gerade glaube ich auto 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 von wo von wo ach ne ist unser warum ist der motor noch an? das habe ich diesmal zum Beispiel nicht gehört guck mal manu macht einen manu tschüss manu tschüss manu du hast ja gerade gesagt wir fahren hin oder nicht? nein ich hab gesagt auto 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 achso du weißt du weißt du willst zum auto die syntax hat manu sich einfach drum rum gebastelt ja ja in seinem kleinen kranken kopf was dann gesagt war auto 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 was manu verstand war ne ja manu steig ins auto und hol dir den loot ja ja und lass uns zurück nimm dir alles was du brauchst tschüss bei manu ja ja ich bin der der schieß ja ha 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 hast du zweiflung oder das bin ich nicht so von wo kam denn jetzt so ne ich hab nicht ausreichend munition um das länger zu fighten ich fall direkt hast einfach mal stump gemacht Daniel willst du noch einen 8er haben? willst du einen 4er dafür? ich hab schon einen 4er ich will nur das 8er loswerden sonst dropp ichs gibts her nee nee gib mir das 8er gibts her manu ist nicht da irgendwie muss er ja auch seinen fehlern lernen so irgendwie muss ich ja meine 16 schuss irgendwie noch gut am anbringen wahrscheinlich wenn ich eine kauf finde würde ich das 8er wieder haben aber gut möglich guck mal wo manu überall rumfährt manu ist da auch ein loot? Daniel ich hab noch 16 schuss ich muss irgendwie looten sonst kann ich gar nichts machen ich kann dir leider nichts abgeben was brauchst du denn du? 5 5 6er bestimmt ist egal alles manu braucht immer alles sowohl 7 6 2 als auch 5 5 6 für dich nehmen ich hab nur 30 7er und 30 6 also für die 5 ich hab auch nur 60 also ich mein ich hab 16 schuss aber manu du weißt du ein guter Schütze braucht doch gar nicht mehr richtig nicht wenn ich euch ständig den Arsch retten damit kannst also manu braucht noch 37 Schuss ah nee warte mal wir sind ja 4 also 33 34 Schuss check mal die Hügelketten ab bleiben wir jetzt hier in diesen Kabuffs oder? wir sind eigentlich erstmal ziemlich gut aber manu geht natürlich jetzt in die Minen ja was soll ich denn machen? ja er muss ja ist schon in Ordnung aber ich frag mich jetzt ob wir halt nie klugerweise hinterher sollen wisst ihr nicht ja das hab ich mir auch grad gedacht aber ja komm wir lassen ihn nicht hängen wir machen nicht den Manu seid doch mal nett zueinander seid doch mal nett zueinander sind wir doch wir machen eben nicht den Manu nein ja alles leer alles leer wir können hoch zu den Junkyard oder? naja das Flugzeug ist nervig von uns wo wir unter der Land sind wollen wir nach blau? naja ja 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 wir können hoch zu den Junkyard oder ja ja vor allen Dingen haben wir da ein bisschen Ruhe oh ja wenn du dich fährst wie ein Frosch schon ja wie ein Frosch vor allen Dingen ding 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 oh ja 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 einen hab ich erledigt war sofort tot alles klar dann war es nur einer Munition ja lasst Manu mal reingucken wie ist noch was? ja ich weiss nicht von wo das muss da irgendwo in den Minen hier liegen noch 140 hast du die genommen? ja ich hab mich schon rausgenommen oder? wir sehen 130 hinter den Silo und irgendwas ist noch weiter links oben ich muss mich erstmal heilen sonst vorher kann ich nicht facen oh 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 der ist noch nicht hier ist auch nicht mehr drin ich würd die auch nicht facen die haben zu bess haben zu gute Position dann runter irgendjemand hat sich gerade die dingens Sachen rausgenommen ich hab nur Landagen will keiner die Munition haben oder wat? ich hab jetzt schon Munition genommen ich kann nicht mehr nehmen gut ich hab sie genommen Kapsel los weg hab ich hab ich hab alles eingesteckt los gehts ich hab's ja nur dringelassen weil ich wollte das Manu hat jemand noch Energies oder sowas? in einem Koffer äh ich hab Energies und Pankiller was brauchst du denn? alles ich hab Smoke war keiner von uns oder? ja einsteigen wenn wir jetzt weg rein schießen die uns einfach von oben runter wir müssen gegenlaufen Manu macht wieder seine eigenen Regeln und das ist gleich tot nein wir haben einen umgenietet ja aber der schießt ich denke da kommen noch mehr ich bin da kommt ihr zu mir? helft ihr Manu hoch? er hat's heute mit dem 4er gemacht er hat's rausgeschmissen er hat meinen Red Dot äh ich glaub einer ist noch oder so geil ich hab keinen ihn bekommen leg dir was hin das ist bei mir komm finish mich komm finish mich bitte du Assi das ist bei mir am Stein warum? wo seid ihr? ich bin genau bei dir da er läuft einfach nur noch 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 war wieder völlig sinnlos er war nicht der letzte es liegt noch einer ne der ist leider genau immer in die Entgegensitzerrichtung von mir gelaufen so ärgerlich ey er muss doch meinen scheiß Rettort rausschmeißen ich kotz ab man ich die scheiß Munition aufgesammelt hab mann fuck so sinnlos der Tod gerade das bist nicht du der hier liegt Daniel oder? weiß ich nicht wahrscheinlich schon wenn er was zu heilen drin hat dann nicht gut dass ich es nicht gesehen hab Leo dass ich über den Typen rübergeguckt hab oh mein Daniel hast du bestimmt 4er oder sowas gehabt er hat einen 4er und einen 8er und eigentlich hatte ich einen Red Dot aber ne aus Südosten ich seh ihn nicht aber der muss im Südosten sein ja ja ich muss erstmal was probieren ey ich seh durch die scheiß Texturen ein scheiß die haben Scar und M16 und nen Haufen Muni noch ich hab in dem hier genug gefunden also munitionstechnisch bin ich jetzt auch ausgestattet das Bild zwar schwammiger aber die Texturen sind flimmern nicht so jetzt muss ich gucken ob OBS damit klarkommt ich hab aber gerne bisschen mehr 7,6er gehabt aber so hier 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 in der Fresse ah perfekt die nehm ich doch ne die kann ich nie aufnehmen ha 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 dann schmeiß ich was raus und wieder als erster Tod ich versteh das vorhin nicht ne warum wirft man das Zeug aus dem scheiß Rucksack wenn er voll ist fahr hier mit dem Buggy ist einfach runtergeschmissen das andere Fahrzeug ich hätte ihn mit der M4 so umgehauen den Vogel hier steht auch noch im Jeep wo ist hier? hier bei mir ich kann euch mit dem Jeep abholen wie älgerlich ist die scheiße schon wieder okay dann los wir können ja weiter Richtung zu holen in der Fresse Musiker geht nicht mehr ne Rollst was ist jetzt jetzt warum fahr mich nicht um ich kann rennen greifst du irgendwo? ähm ich hab 5 First A ach kein Fehl hat hier Energy ich kann euch gerne was abgeben 5 First A Die Josi warst er ab der letzte, hatte extrem viel Ruhe. Ah fuck, ich fahre hier links. Ja ok, ich fahre nicht so links. Füsse? Bleiben einfach stehen, ich fahre in eine schlechte Situation. Ich muss mich erst mal heilen. Ja. Josi kommst du zu mir, dann gebe ich den Medis. Wie viel hast du so? 2 Energy, 2 Painkeller. Wie viel als 8 hast du? Ich habe noch 4. Ich lege auch noch 2 raus. Ich habe 1 rausgelegt. Wir wollen die tragen, doch jetzt habe ich... Ne, die Painkeller kriege ich nochmal weg. Ja, nehme ich hin. Den Nimmse. Den Nimmse, du musst dich da heilen. Gibt es, legst du mir die nochmal raus? Ja. Ich weiß nicht, ob noch jemand von hinten kommen kann. Aus der Zone. Ähm, theoretisch ja. Aber dann ist es überlebt. Jaja, überlebst du noch. Oh, 110 Grad ungefähr Schüsse? Ja, wir sind direkt 200 Meter vor uns, 115 Grad. 115 Grad, wir müssen den pushen. Er hat uns noch nicht gesehen. 115 Grad hinterm toten Baum. Hier vorne schon? 50 Meter jetzt vor mir. Den nicht mehr. Das ist weiter gelaufen. Ich sehe einen. Ich schieße Schallgelämpft. 100 Grad ist jetzt hinterm Hang. Also... Wir hätten eigentlich alle treffen müssen, Marius, ne? Du warst voll drauf. Ähm, noch einen. Ja. Ne, meiner war bei 120. Aber ich stand doch ein bisschen schräger. Da war noch einer, glaube ich. Oder habt ihr beide einen Kill? Ich hatte einen Kill. Ich habe nur Hits gemacht. Ja, dann ist da noch einer. Der 95. Ich hatte beide gesehen. Der ist bestimmt am Baum. Geradezu, Manu. Zwei Mann. Zwei Leute. Wir müssen nichts hin. Weiter links, Marius. Weiter links. Weiter links an... Nicht so weit links. Ja da. Blick links. Ach da. Ja ja. Fuck 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 fuck. Wenn die Hitzzone mich jetzt bin ich tot. Ich bin auch tot. Wie auch immer, der nicht abtreffen könnte. Das Ding, Josi. Rechts den anderen. Er hat eine M249. Ja, da rennt aber noch einer rum. Ja Josi, du brauchst uns nicht hochhelfen. 200 killt uns. Lauf, lauf, lauf. Ich sterbe trotzdem jetzt. Der hat jetzt freie Schubbahn auf mich, wo auch immer der steht. Geh hinter den Stein da. 3 kills, yay. Und denk dran, der hat eine K, der einen Kopfschluss verträgst du an den... Ich versuche noch zu scouten, aber ich sehe aktuell nichts. Bin jetzt tot. Wenn du still bist, kann ich ihn vielleicht laufen hören. Ich hab 3 kills, wow. Irgendwann ist das Ding. Josi. Meine Telefone ist natürlich am Ende der Welt. Oh, ich sehe nicht mein Telefon. Kannst du dich drum kümmern? Ja. Unbefriedigend. Wow. Okay, 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 okay. Da saß genau... Na gut. Ich will jetzt sagen, aber saß der hinter dir? Für mich ist jede Runde eine schnelle Runde, falls du es noch nicht bemerkt hast. Wie viele hier runterkommen? Zwei Teams. Und alle solche Formen. Egal was du machst, es geht schnell. Geil, alle stehen in der Luft. Alle stehen in der Luft, ist das nice. Also ein Team ist bei mir auch sogar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, er nimmt die Shotgun und ich hänge. Noch können Wetten angenommen werden, dass ich am Anfang sterbe? Nee, du bist doch der Einzelne, der sicher abgesprochen hat. Verarschend, ich habe gerade noch eine Entfernung. Weil ich hänge eine... Ist das geil? Und ich bin geflasht. Ich bin tot. Ey, ich stand... Ich hatte eine M16. Und konnte keine Munition aufnehmen. Sind wir wieder auf dem M8-Server? Doch, eine perfekte Scheiße. Diese behinderte Drecksschingel, Alter. So... So behindert. Ich hatte eine perfekte M8 in der Hand. Ich hatte dieselbe Situation. Ja, aber du schlägst so auf einen ein die ganze Zeit und nur weil er auf einem Podest steht, das so hoch ist, wird er nicht getroffen. Du brauchst nicht so schreien. Doch. Nein. Du bist emotional erregt. Mir egal. Vielleicht nicht nur emotional. Das ist eine behinderte Kack-Situation, ehrlich. Totally enraged. So, ich habe nicht eine Waffe in meinem Haus. Halleluja. Willst du wirklich in den Puschel holtern? Ja. Doch, eine Uzi. Sorry. Und ein Revolver. Ist ja alles geritzt. Hä? Nimm die einen Revolver mit. Was? Manu, du musst die jetzt platt machen. Was? Mach die platt. Wird da rüber kommen, aber ich habe irgendwo wieder einen. Aber er hat irgendeine Auswähle. Ja genau. Manu, müsstest du doch kennen. Nein. Bin die doch nie. Ich... Ich höre ihn. Er ist über dir Manu quasi. Sorry Dude. Ohohohohohoh. Ohohohohohoh. Nice. Alter, was für ein Leck! Das, Manuel. Ist einer runtergesprungen? Ja, nachladen, Frau Sevin. Er hat den Reload nicht angenommen. Ich hatte nachgeladen und hatte jetzt nur einen Schuss in der Wache. Ja, das macht er leider zu oft, dass er den Reload cancelt, wenn auch immer er... Ja, ja. So, Big Dan. Das war gerade ärgerlich. Du hast ja das Klicken, glaube ich, gehört, weil ich mich darauf verlassen habe, dass der zweite Schuss da war. Das wäre eigentlich ein sicherer Tod gewesen für den anderen. Hab mich schon gewundert, warum du so lange gewartet hast, hast du? War eigentlich der Meinung, hier war noch einer. Ich hab ja gesehen, dass die Nachlade-Animation fertig war. Deswegen hab ich nicht geguckt, ob ich jetzt noch zwei Schuss drin habe. Ich hab mich darauf verlassen. Dann müsste es wenigstens einen Abbrech-Sound oder so geben. Komm rein Digga, komm. Du weißt, dass ich hier sitze, ne? Gut ausgekämmt, Daniel. Fantastisch. Hab ihn doch gehört. Such dir Munition. Okay. Komm, noch einer. So, jetzt wird's lustig. So, jetzt wird's lustig. Nee, ganz so, wie du sowas löst. Oh. Er kommt rechts. Was? Da ist Maus. Geht der gerade aus der Schule? Der ist... ...eine höher noch, oder? Okay. Oh, Game. Echt? Dieses Dreckspielen, ne? Gehst du einen Meter zu weit dran und der nimmt die Wache hoch. Ja, du bist leider zu wenigstern an der Wand. Ja. Ja, du bist aber keiner zu weit. Ein Meter zu knacken. Ich bin besser. Vielen Dank.